Ja, ich habe eine Simson Schwalbe und die kommt aus der DDR und wurde 1974 gebaut und in der DDR durften Mopeds 60 kmh fahren und in Westdeutschland 45 kmh und nachdem die Grenze dann geöffnet wurde durften die Fahrzeuge aus der DDR weiterhin 60 kmh fahren und das wird auch so bleiben, solange diese Fahrzeuge existieren und die Betriebserlaubnis wird auch immer weitergeschrieben mit diesen 60 kmh. Ja, die werden natürlich oft verschrottet verkauft, also extrem zerstört, da man halt viel damit transportiert hat und da die ja natürlich auch schon 30 Jahre oder älter sind und da geht halt auch viel kaputt und man muss die viel ersetzen, aber es wird auch, viele Teile werden nachgebaut und so kann man die eigentlich ganz so gut restaurieren. Man braucht halt mal extrem viel Zeit dafür. Ja, wenn man nachts nach Hause kommt und die Mutter einen natürlich schon von Weitem hört, das ist natürlich nicht so gut, wenn sie dann auf einmal in der Tür steht und ja, das ist auf jeden Fall der Nachteil an diesem Geräusch. Aber der Vorteil ist natürlich auch, dass man erkannt wird schon von Weitem und also auch von Freunden und Bekannten. Also auch wenn es mal nützlich kann, kann natürlich auch mal nützlich sein, muss nicht immer schlecht sein. Also auch wenn es mal nützlich ist, wenn es mal nützlich ist, wenn es mal nützlich ist,